Was ist der Sieg da auch wichtig? Die Spieler, die oft dabei gewesen sind, aber weniger zum Einsatz kamen. Ich bin sicher, dass alle Päckte in diesem Spiel spielten. Päckte, die immer mit uns waren, aber sie haben nicht so viele Unterstützung. Ja, weiter wird eben auch der ein oder andere Spieler, der in seinem Verein hochbelastet ist, geschont für das wichtige Spiel am Wochenende. Die Päckte, die viele Päckte auf dem Boden haben, sind ein bisschen geholfen. Wir werden sie ein bisschen geholfen für das Spiel spielten. Und dennoch ist natürlich das Ergebnis auch wichtig morgen. Wir möchten auch mit der Mannschaft, die morgen aus Feld geht, ein Länderspiel gewinnen. Aber auch das Ergebnis ist wichtig, weil wir wollen, dass wir auch dieses Spiel spielten. Die Psychologie, die in diesem Spiel mit der Bosnien kommen wird, wie sie die Praxis mit der Bosnien erwartet? Es ist besonders wichtig, dass wir mit dem Psychologischen Bereich reden, weil wir jetzt über einen Teil des Spiels. Ist die Herausforderung aus psychologischer Sicht unterschiedlich? Ist das Freundschaftsspiel mit einem wichtigen Spiel am Sonntag? Ja, für uns ist eben ganz wichtig, dass wir den Spiel an Spielpraxis geben, die entweder in ihren Vereinen kaum trainieren oder spielen dürfen und natürlich auch viele Spieler, die in ihren Verein nicht regelmäßig spielen, dass diese Spieler eben auch Spielpraxis finden. Und wir werden morgen auch eine motivierte Mannschaft haben, wo unter anderem auch Alexander Tziolis als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führen wird. Und ich denke, er wird vorangehen mit seiner Einstellung und seiner Kampfkraft. Und wir haben eine Mannschaft mit der Hoffnung, wo der Alexander Tziolis ist der Erwartung. Und wir haben die Mannschaft mit der Erwartung. Und wir haben die Mannschaft mit der Erwartung. Und wir haben die Mannschaft mit der Erwartung. Ich weiß nicht, dass die Mannschaft mit der Erwartung der Erwartung ist. Nein, das wird die Mannschaft nicht beeinflussen. Das beeinflusst mich auch nicht. Ich habe mit dem Presidium, mit dem Herrn Kitzikis, sehr gerne zusammengearbeitet in der Zeit, in der Ehrverantwortung trug, auch mit dem Interimspräsidenten anschließend. Jetzt haben wir mit diesem Friesers jemanden, der aus dem Sport kommt und uns zugeteilt ist. Und ich bin sehr froh, dass er an unserer Seite ist. Ich bin sehr froh, dass er an unserer Seite ist. Ich bin sehr froh, dass wir heute mit dem Zysto-Vrisza sind und uns sehr froh, dass er den Menschen in der Welt der Welt ist. Wir haben uns gesagt, dass er viele Veränderungen in der Ehrverantwortung ist. Wir haben uns gesagt, dass er viele Veränderungen in der Ehrverantwortung ist. Wir haben uns gesagt, dass er ein Kriktierium für die Ehrverantwortung für die Ehrverantwortung für die Ehrverantwortung ist, dass er nicht eine große Herausforderung für die Ehrverantwortung ist. Dass er die Spieler nicht gespielt hat, ist das ein Kriktierium, dass er mehr Spieler auf dem Buckel bekommt, um dann besser vorbereitet zu sein. Ja, das ist ein Kriktierium, natürlich. Ja, das ist ein Kriktierium. Was von Zysto-Vrisza gibt, wenn du in der Ehrverantwortung bist? Kann man auch sagen, dass er noch jemanden sagen kann, dass er die Ehrverantwortung ist? Also, es wären einige zu nennen. Unter anderem wird auch Glykos im Tor stehen. Aber wie gesagt, wir werden erst mal das weitere Training abwarten und schauen, wie wir die Mannschaft für morgen zusammenstellen. Ja, da können wir sagen, dass wir viele sagen, wie auch der Glykos-Therma, der wird beginnen. Aber wir wollen, dass wir die Ehrverantwortung für die Ehrverantwortung und dann sehen, dass wir die Ehrverantwortung haben. Bei Sokrates ist es nicht so schlimm, er hat eine leichte Rippenprellung. Aber ein Einsatz von ihm steht zum Beispiel gar nicht in Frage. Er wird spielen können am Wochenende. Das gilt auch für alle anderen Spieler, die hier im Kader sind. Alle sind einsatzfähig am Wochenende. Und dennoch ist natürlich gerade der Verlust von Kostas Manolas ein schwerwiegender Verlust für uns. Er ist ein internationaler Top-Verteidiger und wird uns natürlich fehlen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch davon überzeugt, und das war bei der griechischen Nationalmannschaft schon immer so, dass wir ihn gut ersetzen können. Wir haben unter anderem mit Papadopoulos da einen Mann, der das sicherlich nahezu eins zu eins hinkriegt. Soweit auch alles in Ordnung, er hat eine Überlastungserscheinung im Adoktorenbereich. Er hat auch ein kleines Problem, aber er ist hier in der Umgebung. Aber Stand jetzt steht auch ein Einsatz am Wochenende nichts im Wege. Und so sehen wir, dass wir ihn zusammen mit uns in der Kirche haben. Es gibt noch weitere Spieler, die man schonen. Und morgen wird das so sein. Ja, das können Sie sich ja alle selbst ausrechnen, wer das so sein wird. Das sind die Spieler, die sowohl in den Vereinen regelmäßig spielen, oft auch noch internationale Einsätze haben, die werden sicherlich geschont werden. Also da könnte man vielleicht jetzt auch Sokratis noch nennen. Man kann auch Mitrolu nennen. Das sind sicherlich Spieler, die morgen weniger spielen werden. Es kann sein, dass sie eingewechselt werden, aber sie werden sicherlich weniger zum Einsatz kommen als viele andere. Man kann es verstehen, welches die Spieler sind. Es sind die Spieler, die auch in der Team, und in der Team, und in der Team, und in der Team, sie haben viele Spieler, sie haben, sie haben, mit dem Mieter, mit dem Sokratis. Sie sind alle, und können sie spielen, aber sie werden sicherlich nicht beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.